...teewasser sein, die lieben so ein paar Säfte, also zum richtigen ist, dass sie für alles zahlen muss, das ist es nicht, weil wenn die Gäste jetzt an die Bar gehen, an die Coolbar, sagen ich möchte gerne einen Kaffee, einen Espresso haben, dann ist der kostenlos, weil den stellen wir ja, den müssen wir ja nicht lagern, also so ein Teepack, der, es geht wie gesagt, auch nicht um die Kosten, es geht ja immer um die Lagerung zu bezahlen. Vielen Dank, Coolbar habe ich auch sehr, sehr gerne bei den Gästen genommen, die nachmittags, nicht den nachmittags Kaffee im Bell will ich hier einnehmen, sondern die weltweiten Waffeln, auch die Kaffee im Bell will ich hier einnehmen, sondern die weltweiten Waffeln, auch die Kaffee im Bell will ich hier einnehmen, diese weltweiten Waffeln werden hier serviert, mit Sahne, Eis, Rindelsohne, Schiene, Bär, Tränken, Superlätter, ich habe gehört, dass die Waffeln im Zettel unterschiedlich sind, auch nicht nur zwei, weil das ist eine rechte Konkurrenz, sind beide lecker, also in der Kaffee.